Wenn 200.000 deutsche Soldaten in den Feldern herumstreichen, neigen Mädchen dazu, ihre Tugend zu verlieren und die Männer ihr Vieh. Lieber Gott, wenn du mir diesen Mann gibst und mich von hier fortbringst, werde ich dich nie wieder um irgendetwas bitten. Bist du wirklich dumm genug, um in dieses Lager gehen zu wollen? Du wirst dort ganz bestimmt umkommen. Eine finnische Krankenschwester. Das deutsche Recht kann Frauen wie dich gut gebrauchen. Du glaubst, dass es dich nicht berührt, aber du merkst gar nicht, wie du dich veränderst. Finnen und Deutsche, wir sind Einzelnen. Ich wurde von Gott erwählt. Ich war ein Kind Gottes. Wir ziehen ab. Kommst du mit? Ja, ich will mit. Ich verspreche, da zu sein. Kannst du einen Mann wie mich lieben? Das kann ich ganz bestimmt nicht. Aber ich liebe dich einfach so sehr. Höhep hotter. Älter. Untertitelung des ZDF, 2020